Wie spät? Kurz vor drei. Scheiße, ich hasse diese Observationen. Republikflüchtlinge, sollen sie doch in den Westen gehen. Sie schädigen das Staatswesen. Eben, sollen sich die in den Westen mit denen rumschlagen. Wir sperren sie eh nur ein. Weißt du, was das kostet? Lass das bloß nicht den Trebic hören. Wenn es wenigstens Spione wären. Aber so? Du solltest dich eincremen. Sonst bist du bald wirklich ein Roter. Wie war es eigentlich in Kühlungsborn? Ach, war ganz gut. Gab es was Aufregendes? Es gab einiges. Wieso? Was denn? Persönliches. Naja, ich weiß auch nicht. Manches fängt an, sich auf die Arbeit auszuwirken. Auf unsere Arbeit. Sag bloß nicht, du willst jetzt auch übermachen. Quatsch. Aber manchmal macht eins das andere kaputt. Verstehst du? Ja, ja. Keiner liebt uns. Schon klar. Ach, das ist doch scheiße. Du tust nur, was die sozialistische Gemeinschaft von dir verlangt. Du bist trotzdem der Arsch. Wie heißt sie denn? Ja, nett. Wie nett? Partei oder frei? Kirche. Autsch. Na hör mal. Wenn sie nett ist, dann werdet ihr schon einen Weg finden. Unfändig. Scheiße. Was? Da sind sie. Ja. Zugriff. 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 Untertitelung des ZDF, 2020